Einen flaschen guten Teil wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch wie ihr ein komplett fertiges, funktionstüchtiges Kartenplot baut. Punkt Nummer 1 was zu beachten ist die City Build Auswahl. Ihr könnt das natürlich auf eurem City Build bauen, wenn jetzt euer City Build 22 ist oder EVE. EVE würde ich euch so oder so nicht empfehlen wegen den ganzen Haufen Süchtigen, die da dauerhaft den CB spätestens nachmittags immer voll besetzen. Bei 22 kann es sein oder 21, dass es auch manchmal Lags gibt, weil wir werden auch mit Red Storm bauen. Und damit das nicht beeinträchtigt wird, empfehle ich euch irgendeinen anderen niedrigen CB Miner. Da wäre jetzt zum Beispiel City Build 4, wo ich hauptsächlich unterwegs bin. Deswegen tue ich dort mir meinen Kartenplot erstellen. Ich würde euch natürlich immer empfehlen, euch leere Grundstückswelten hier zu suchen. Hier haben wir zum Beispiel auch jemanden, der mitten im Nevada seinen Plot gebaut hat. Und das werden wir natürlich auch machen, weil das mit dem Claim natürlich umso einfacher geht. Angenommen, wir haben jetzt hier eine freie Fläche, wo die umgebenden Plots hier alle soweit frei sind. Dann gehen wir zum Beispiel hier an das Plot und nehmen uns leere Karten. Dann tun wir uns einmal das Ganze erstellen und hier sehen wir schon, hier oben links ist ein geclaimtes Plot. Und das wird nämlich das dort drüben sein. Bedeutet, das Plot daneben ist entsprechend hier. Und somit fällt diese Region schon recht raus, denn wir brauchen ein 4x4 Plots Plot, weil 4 Grundstücke insgesamt 128 Blöcke sind. Und eine Karte hat 128 Pixel. Bedeutet, wir brauchen mindestens 4x4 Plots, damit wir überhaupt eine Chance haben, eine Karte drauf bauen zu können. Deshalb fliegen wir jetzt ein Stückchen weiter und tun hier nochmal eins erstellen. Das hier ist jetzt auch recht unoptimal, weil wir jetzt natürlich hier keinen Plots haben, sondern diese Ränder. Und die wollen wir natürlich auch nicht. Hier haben wir zum Beispiel etwas, was schon mal recht gut aussieht. Aber hier weiß ich eben nicht, wenn hier gleich der Rand ist, wäre das natürlich auch unoptimal. Ein bisschen Platz zum Rand möchte man nämlich immer noch ein bisschen haben für Eventualitäten. Das sieht hier schon viel besser aus. Deswegen würde ich sagen, tue ich mir das Ganze hier schon einmal claimen. Und jetzt tun wir nochmal die Karte und dann wäre das dieses Plot hier. Dann tue ich mir, ist ja egal, wo ich hier das Ganze hier claimen. Tue ich das Ganze nochmal machen. Bedeutet, das hier wäre das erste Plot und jetzt denk ich mal, wird es das darüber sein? Ah ne, es ist das darunter. Bedeutet, wir stehen jetzt so hier. Und wenn wir jetzt dieses Plot hier claimen, müsste dieses hier rot werden. Das machen wir einmal. Und das Ganze hat funktioniert, wie wir sehen. Das bedeutet, wir werden uns jetzt diese ganzen Plots hier einmal claimen. Das bedeutet, insgesamt 16 Plotgutscheine. Die sind natürlich immer billiger, deswegen empfehle ich euch die. Das Ganze habe ich jetzt gemacht. Wir stellen hier nochmal ein Karte und jetzt sehen wir, das Ganze hier ist jetzt unser Bereich. Diese einzelnen Blöcke hier, das sind die Schilder. Deshalb ist das ein leicht veränderter Farbton. Und das Ganze wollen wir jetzt natürlich merchen. Dazu gehen wir ans Ende eines Plots. Schauen in diese Richtung. Merch das Ganze einmal dahin. Das Ganze einmal laden. Dann schauen wir hier mittig einmal drauf und erstellen diesen, ich sag mal, Kamm. Das Ganze haben wir auch dann einmal in die Richtung nochmal schauen. Und dann haben wir dieses ganze Feld. Wir können nochmal eine Karte stellen und schon sehen wir, dass jetzt diese 128x128 Pixel bzw. Blöcke Karte. Und hier können wir nun unsere Karte bauen. Wir können jetzt irgendeinen beliebten Block. Ich nehme jetzt einfach mal einen Redstone Block. Wir können natürlich auch Gold, Kohle nehmen, je nachdem. Und jetzt tun wir uns einfach mal, sagen ich, hier diesen Redstone Block hinklatschen. Und jetzt sehen wir, der ist zum Beispiel gar nicht drauf. Bedeutet, setzen wir uns hier nochmal einen hin. Und jetzt wäre der hier oben. Bedeutet, wenn wir jetzt schauen, das ist zum Beispiel jetzt die Nordseite. Das ist auch eine essentiell wichtige Seite. Wir müssen nämlich jetzt den obersten Punkt hier herausfinden. Bedeutet, wir bauen uns den Block jetzt mal hier hin. Und tun das hier nochmal zur Orientierung weg. Nehmen wir nochmal eine leere Karte. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir nochmal zwei nach oben. Und drei in die Richtung, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt sind wir ganz oben angekommen. Das ist sehr gut. Bedeutet, wir bauen jetzt einmal hier den Block dahin, damit das nicht mehr in der Karte ist. Bedeutet, dieser Block ist jetzt hier ein Pixel drüber. Und jetzt platzieren wir hier an der Nordseite Cobblestone. Das Ganze zeige ich euch einfach mal. Hier oben seht ihr nämlich jetzt solche Schatten, die erstellt werden. Wenn ihr jetzt hier einen Teppich hinbaut, da habe ich mir welche besorgt, die platzieren wir hier einfach mal und tun uns leere Karten besorgen. Jetzt sehen wir schon, dieser Schatten hier wird jetzt durch diese Teppiche oder eben, wenn wir andere Blöcke dort platzieren, wird das Ganze eben nach unten projiziert. Aber das tun wir ja eh sowieso immer mit Blöcken hier eben setzen. Das bedeutet, dieser Schatten verschwindet. Ich zeige euch im nächsten Video auch, wie ihr die Schemettik dann hier bekommt, wo auch diese Reihe schon vorgegeben ist. Aber dem Ganzen können wir natürlich schon vorsorgen, indem wir das Ganze hier schon mal platzieren. Und das Ganze müssen wir jetzt natürlich zum Ende des Kartenechse machen. Und mal zu schauen, wo denn das Ganze endet, sehen wir, wir brauchen noch ein Stück. Dann schauen wir mal wieder, wie es aussieht. Und hier sind jetzt drei Blöcke anscheinend schon draußen. Bedeutet, platzieren wir hier einmal, tun das Ganze wieder wegmachen und dann tun wir uns noch mal eine neue Karte erstellen. Und dann sehen wir, wir sind ganz oben angekommen. Das bedeutet, wir platzieren den Redstone Block hier hin und hier an den Reihen machen wir das Ganze nicht. Das ist nur für die Nordseite, weil dort ist irgendwie so ein Schatten-Bug, Schatten-Licht-Bug, wie auch immer gibt. Und deshalb brauchen wir diese Reihe hier. Nun würde ich euch empfehlen, damit wir hier dieses Gras wegbekommen, einen anderen Untergrund machen. Das kann alles Mögliche sein. Ihr könnt Holz machen, ihr könnt Ton nehmen. Ihr könnt aber auch, wie ich es jetzt machen werde, Stein nehmen. Und diese 128 bei 128 Blöcke mit Steinen entfernen. Beziehungsweise ersetzen, damit wir einen Untergrund haben. Beziehungsweise, was mir gerade eingefallen ist, was natürlich schlauer wäre, nicht hier alles einfach so abbauen, sondern eine Orbsschaufel nehmen. Und dann tun wir das Ganze nämlich hier 3x3 abbauen. Dabei sollten wir natürlich nicht sneaken. Das wäre natürlich ganz optimal. Und dann gehen wir auch mehrere Etagen nach unten. Denn wir wollen ein Filter- bzw. Trichtersystem noch bauen, falls wir hier nämlich die ganzen Blöcke abbauen. Dann soll das Ganze natürlich nämlich aufgefiltert sein, damit wir nicht über das ganze Plot-Zimmer rennen müssen, um die ganzen Materialien nämlich einzuholen. Und das Ganze tun wir jetzt mit diesen 128 mal 128 Blöcken. Ich würde sagen, ich empfehle euch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal nach unten zu gehen. Und das sollte vom Platz her auch genügen. Ich habe das Ganze jetzt 9 Blöcke tief gemacht, weil es sich mit der Orbsschaufel einfach so am besten anbietet. Und diese Fläche bedeutet, das finden wir jetzt einfach alles komplett mit Stein auf. Aber halt nur natürlich diese eine Fläche hier. Nachdem wir die Schicht hier oben komplett mit unserem Steinholz, je nachdem was ihr genommen habt, ihn fertig haben, haben wir jetzt hier unten einen Hohlraum. Und den benutzen wir, um die Filter- bzw. Trichteranlage eben hinzubauen. Und da wir auf Rufagans einen bestimmten Radius eben für die Trichter erhöhen können, nutzen wir das natürlich auch. Ich habe das Ganze hier zugemacht. Ich bin hier von einem Eckpunkt 10er rein. Das auf der anderen Seite ebenso. Die 128 minus die 18, was hier eben der Rest übrig war. Und dann kam halt eben raus, dass ich jetzt alle 11 Blöcke hier in Trichter setze. Tun wir dann, wenn wir alle gesetzt haben, natürlich dann hier auch einstellen, dass wir einen Sammelradius von, ja sagen wir mal 12 haben. Falls hier eben nicht nur auf dieser Seite hier, bzw. auf dem Stein dann auch hier daneben was landet, damit der Trichter das eben auch noch aufsaugen tut. Und diese Trichterei tun wir jetzt alle 11 Blöcke meiner Meinung nach hier nochmal alle komplett nach hinten ziehen, damit auch alles eingesaugt wird über die komplette Fläche. Wenn wir das gemacht haben, dann sollte das jetzt hier ungefähr so aussehen. Und jetzt müssen wir natürlich noch jeden Trichter einstellen. Man könnte jetzt jeden Trichter auf 64 Items einstellen, würde ich euch aber nicht unbedingt empfehlen, da auf diesen kleinen Raum hier sowieso kein Stack von je einem Material reinkommt. Deswegen stellen wir hier auch beim Filter nichts ein. Das Einzige, was wir einstellen, ist halt hier der Sammelradius von 12 überall. Und ansonsten bleibt hier erstmal so, wie es ist, bis wir natürlich die Truhen verbinden. Aber das machen wir, wenn wir die ganzen Trichter hingestellt haben. Ich habe jetzt an den äußeren Seiten hier nochmal so kleine Zwischenstationen gemacht und in der Mitte jeweils vier solche Achterkistenstationen gemacht, wo dann die ganzen Items hier reinkommen. Außen habe ich hier eben nochmal eine kleine Zwischenstationen gemacht. Jeweils immer von da oben landet das in dem Trichter und dann hier runter. Das müsstet ihr natürlich dann bei euch alles einstellen und das leitet ihr dann eben hier per Mehrfachverbindung an diese Truhen weiter. Die Verbindung kann halt nicht über hunderte Blöcke laufen, deswegen da nochmal unten eine kleine Zwischenstation. Könnt ihr es aber auch hier oben eben lang laufen lassen, wie ihr das halt haben wollt. Trichter hat halt nur hier diese fünf Slots, deswegen habe ich das nochmal mit einer Kiste dazwischen gepackt. Und hier könnt ihr dann euch, könnt ihr auch Selat hernehmen oder wenn ihr Fullbright habt, könnt ihr es auch komplett weglassen. Ich habe es jetzt einfach nur so gemacht, weil ich das Ganze am Ende auch in eine Schemetic packe und die euch in der Beschreibung unten rein packe. Für die Leute, die jetzt nicht alles so abbauen wollen, wenn ihr Schemetic habt, dann nutzt das einfach. Packt hier einfach in eure, die Item Frames halt die Items rein, die dann eben nur in dieser Kiste land zum Beispiel kommen. Hier nur blaue Teppiche, in den anderen kommt dann nur Prismarinen Zeug. Wenn wir hier unten das Ladensystem haben, das können wir natürlich oder könnt ihr, wie ihr wollt, immer vergrößern. Ich habe das jetzt alles nur mal als Beispiel gemacht. Das Ganze könnt ihr euch hier anpassen, wie ihr wollt. Jetzt haben wir hier oben natürlich unsere Baufläche und können mit allen möglichen Blöcken hinbauen. Angenommen, ihr tut jetzt nur mit Teppichen bauen, also eine, ich sage mal 2D-Variante, dann wäre es vom Vorteil auch dies automatisch immer mit Wasser wegzuschwemmen. Und das Ganze wollt ihr natürlich auch nicht immer per Hand machen, sondern da gibt es so eine Spülanlage. Die hat der liebe Black Death Knight erstellt, der kennt sich auch mit Kartenbauen an sich auch recht gut aus. Der macht das auch ständig in seinen Streams, wenn ihr da ein Interesse habt, solche Streams zu schauen. Unten in der Videobeschreibung habt ihr den Link zu seinem Kanal. Er selber hat auch schon mal zum Kartenbauen ein Video gemacht. Ich tue das jetzt in zwei Teile aufteilen, da ich eh schon mal selber hier anfangen wollte mit Kartenbauen. Jetzt ist der Zeitpunkt eigentlich recht gut, wenn man dazu ein Video macht. Und ich will auch noch ein paar extra Dinge zeigen, die auch noch ganz gut sind, die in dem Video da selber auch nicht dran kamen. Hier habe ich jetzt mal die Spülanlage eben in die Schemette gepackt. Das Ganze ist mit Glas, damit man das von oben natürlich nicht sieht, denn Glas ist für die Karten unsichtbar. Falls ihr Schemette als Mod noch gar nicht installiert habt, ich habe auf meinem Kanal schon ein Video dazu gemacht. Über Schemette und Lightmedica, beides mit Lebimod. Falls ihr da Interesse habt, schaut euch die Videos an. Denn ansonsten wäre es auch von dem Plot gewesen. Ihr könnt dann eigentlich loslegen, euch die Schemette-Textur stellen. Und wie ihr das macht und das Ganze dann ins Spiel noch reinbringt, das zeige ich euch nächste Woche Dienstag um 17 Uhr in dem neuen Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt abonnieren, die Glocke aktivieren. Und ansonsten wird es schon noch einen wunderschönen Tag. Lasst die Bewertung da, haut rein und ciao, Leute. Bis dann, zu. Bis zum nächsten Mal.